Heute mal ein Oerlichter-Vergleich. Einmal Komet, einmal Nico. Die Nico-Oerlichter sind neuer, die Komet-Oerlichter sind älter. Und ich blende euch dann noch ein Video ein von noch älteren Nico-Oerlichtern. Zu unterscheiden ist das ganz einfach. Die neuen haben mittlerweile einen Pappfuß. Vielleicht noch ganz interessant, die Nico-Oerlichter gibt es in blau und in gelb. Währenddessen die Oerlichter von Komet, rot und grün sind. Hier auch noch mit so einem kleinen Plastikfuß. Nico. Untertitelung. BR встреч Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020